Hallöchen, ihr lieben Häschen, ich begrüße euch recht herzlich. Zurück zu Let's Play Life is Strange 2. Am Letzten machen wir uns ein bisschen im Haus. Unsere Großeltern haben uns gesehen. Ah, da bist du, Sean. Hast du den Kabel? Hey. Ich muss raus und ein paar Erwanderungen gehen. Kannst du mir ein großes Favorit machen? Wann wirst du, wie eine Waschmaschine arbeiten? Seit ich etwa acht. Natürlich. Kannst du dir in deine und deine Brüder Klaue, nach dem nächsten Lauf? Sie sind in der Brüder Klaue. Totally. Ja. No problem. Thanks so much. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, I know. Boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for you. Uh, no. I'm busy. Yeah, you're busy my ass. Come over here. You gotta find me first. Oh, God. Jeez. What will we do with the hidden Daniel? What will we do with the hidden Daniel? What will we do with the hidden Daniel? La, 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 la. I get that he's sick of all this shit, but... Huh? Nope. Aber guter Versuch. Gotcha. Warte, ein guter Versuch. It's cool, he took us in, but... How long are we going to stay here? Tja, ich fürchte, es wird nur in dieser Episode wirklich sein. Gut, hier unten scheint er nicht zu sein. Ich guck mal noch im Esszimmer. Nope. Dann hat er sich irgendwo oben verkrochen. Daniel! Daniel! Where the hell is he hiding? So... Ah! Nope. Ey, wenn der jetzt in den Wäschekorb gesprungen ist, ne? Wase. Duschfahrer. I know you're in there. Gotcha. What the? Behind you! Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure. It sucks. I know. Thanks. Okay. Okay. Easy, Pete. Und keine merkwürdige Magie anwenden, Daniel. Der hört sowieso nicht auf mich. Willst du uns sein, na? Yeah. Let me just throw our clothes in the machine and we're good. Ich hoffe, ihr habt von dem Ruckler jetzt nichts mitbekommen. It's always with Claire. I can't really tell, this is cute or bossy. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Weiß- und Buntwäsche nicht mischen. Niemals. Benutze einen Becher, Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Wäsche, äh, meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. In Liebe, deine Frau. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Zähle doch nach. So. Gibt es hier drin sonst irgendwas zum angucken? Scheinbar nicht. Gut. Licht aus. Na los, lass uns rausgehen. All right. Time to see the sun again. Okay. Time to burn off some calories. What do you say? Haha. Yes. 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 Oh, man. Finally. Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Ow. 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 Das war's. Ja, wir haben. Es sieht aus, dass du okay bist. Du warst fast fließend. Ich war... Ich war! Ich konnte mich in den Luftwärm fühlen. Es war großartig. Das ist ein großartiges Kostüm. Wer ist dein Lieblings-Super-Hero? Ich liebe Power Bear. Oh Mann, ich habe den Mega Power Bear. Du solltest ihn schauen. Mann, das ist so cool. Chris, oh Gott. Ich bin so sorry. Du bist okay? Dad, ich bin okay. Ich versuche. Du bist sicher? Ich muss... Du sie kennenzulernen? Es ist okay, Dad. Sie sind cool. Er liebt Super-Heroes. Auch Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Oh, uh... Yeah. They're our grandparents. I see. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. I... Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, uh... If Claire asks, tell her everything is fine. Sure. Uh... No problem. Cool. See you around, then. Thanks, guys. See you later? Yes. No, we will. Daniel. Did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Es hat ihn gerettet. Did you want me to let him fall? Really? In dem Fall war's in Ordnung. Er hat einem Jungen geholfen, sich nicht zu verletzen. Deswegen gebe ich an der Stelle nach. No, you... You did the right thing. But listen. We can't let anybody know. We have to keep a low profile out here. He's, like, my age. I bet you would have done the same as that thing. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's... It's over. Daniel. Remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time. Okay? That would so much. We the kind of so sind. Beaver Creek, Oregon. Der nächste Morgen. Oh, fuck. That kitten never listens. Hey, lass ihn doch mit dem Jungen spielen. So, mal gucken, ob es hier was Neues zu sehen gibt. Ich meine mal, innerhalb eines Tages wird hier nicht so viel passiert sein. So, wir ziehen uns an. So, nichts Weltbewegendes. Obwohl, warte mal. Es gibt eine neue Tagebuchseite. Ja, die Zeichnung, die wir angefertigt haben. Sehr schön. 10.12.2016. Was zum Teufel, Daniel? Die erste verfluchte Regel. Wovor lief das Kind weg? Und hat sein Vater etwas gesehen? Ich verstehe Shones Argumente. Aber er weiß auch, dass er den Jungen nicht ewig und drei Tage an sich binden kann. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Guten Morgen, ihr Schlafmützen? Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS. Der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS. Danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Nein. Vielleicht könnte ich Steven's Laptop benutzen. Nein. Sean. Es ist ein Jahrzehnt, seit ich die Nachrichten von der realen Welt hatte. Du möchtest Daniel an Regeln ermahnen, aber willst dich selbst nicht dran halten? Damit fangen wir hier gar nicht erst an. So, eigentlich können wir nicht vorne raus. Eigentlich. Immer im Hintergarten bleiben. Aber gut. Wem erzählt ich sowas? Diese Göre. Also wirklich. So redet man nicht über seinen Bruder. Chris Labyrinth. Es ist vollkommen egal, was wir Daniel sagen. Er ist ein Kind und wird nicht zuhören. Solange Chris davon überzeugt ist, dass es seine Superkräfte sind. Tja, ich könnte es dir erklären, Sean, aber da du mich nicht hören kannst. Achso, wir haben ein Auge mitgenommen. Ich verstehe. Ich dachte schon, es hätte sich eine Zigarette eingesteckt. Das Auto, das Auto, das Raumschiff hier enthält. Steven und Claire werden einen Freak, wenn sie realisieren, dass er zu den Erikssons geht. So, Claire hat Chris doch vorgestellt. Mehr oder weniger. Ja. Scharnes und Kinnav. Was? Ja. 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 Ich bin der Silberrunner. Ja. 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 Ich bin der Silberrunner. Uh, excuse me, who are you? I'm Sean. Oh yeah, sorry man, you're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah, they share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Grandma and Grandpa? Ja, klar doch, warum nicht? Okay, sure. I'll go with you guys. Really? Nennt mich doof, aber ich betüttel ihn ein bisschen zu sehr. Chris and Daniel were excited about going. Das wird bestimmt noch auf die Füße fallen, egal. Uh, give me a time out to clean up the back seat. Das ist ja. I'll honk when I'm done. Ooh, uh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you want to see my toys? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spear's friends. And his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Okay. Also, der Bär gehört auf alle Fälle zu den Helden. Are you sure? Yes, I am. So. Insektoid ist ein Schurke. Der Dino, würde ich sagen, gehört zu den Helden. Look closely. Den Pirate würde ich zu den Schurken zählen. Den Krieger zu den Helden. Interesting. Und das Auto zu den Schurken. Bestätigen. Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay. Let me introduce them to you. This is Team Spirit. The good guys. There's the forest warrior. Powerbear. More T-Rex. and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer, but he's out in the garden. Captain Spirit kind of took care of him. He might need a little surgery now. But they're all working for Mantroid, who is the real supervillain. You should see his evil planet. Why doesn't Captain Spirit stop him? He tried, but failed. That's why he needs Super Wolf. You know, Daniel. To prevent Mantroid from hurting other people. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. About that. What's your father? Um, does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything. And the power didn't work yesterday. After I fell. I must have been too tired. Okay. Yeah. Good. Um, I mean, he could be pretty disturbed if he knew. Um, definitely not telling dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff anyway. Well, your dad is cool. He totally hooked you up with that treehouse. Yeah, he let Steven build it for me. It's my flying fortress. Oh, yeah. I saw that drawing you made of him. With that badass blazing sword. I made it to thank him. For making the treehouse. Well, Captain Spirit had to help him. Of course. One can't buy this though. I was like... Well, the flying fortress needs fixing now. Yeah, that sucks. Dad couldn't fix it yesterday. He was not feeling well. He told me he'll do it when we're back from the market. Mm-hmm. Chris, it's none of my business, but... Did something happen between you and your dad yesterday? Uh, what do you mean? I don't know. Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... He has a hard time being on his own. That's all. Nah. I understand you. Well... I can understand that. But I hope you know... You're not alone. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. Ah, you look cool. Sorry. The water eater is still broken. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip. Don't go in there. Okay, squad. Let's roll. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No. I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel. Don't mess around. All right. Jeez. Thanks for clearing the snow from the porch. You're awesome. You're welcome, Dad. Und hier kommt die Entscheidung, ob wir einen Käpt'n's Blut getan haben. Uns doch zugute. Wer weiß, vielleicht wäre noch jemand ausgerutscht, hätte sich ein Hals gebrochen. luck'n's Blut dot com. Bye. 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 Ich finde, der rast ganz schön dafür, dass die Straße so zugeschneit ist. Er wird mir nicht ganz geheuer bei dem Tempo. Okay, buddy, you ready? Yeah. Yep. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But... Don't get lost. Daniel. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. Yeah, do five is this. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Wir schützen das Geheimnis. Weil... Wenn wir Chris jetzt davon erzählen, wird er vermutlich enttäuscht sein, dass es nicht seine eigenen Kräfte sind. Und wenn Daniel und Sean wieder weg sind, wird er halt glauben, okay, gut, waren zeitweise Kräfte, sie haben ihn wieder verlassen. Ist jetzt mal eine Einschätzung der Situation. Wir schützen das Geheimnis. Listen, I understand. But we have to be extra careful out here. You can't let people see you. You know the rules. Yes, I know the rules. But I'm careful. I only do things when it's me and Chris. Nobody sees us. Yeah, nobody but me. What if it was Chris's dad? Or grandma? Or a cop? Or... Okay, okay. I get it. But I'm careful. That's not enough. You have to be extra, extra careful. Alright. I swear I will. Deal. I'm counting on you, Anno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Wow. So. Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über Likes und auch Kommentare. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bleibt fluffig und bis dahin. Bye, bye. I'm just tired of the same thing. Did you want it, Mushroom? Yeah. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me put a snowball in the house. You don't want to love my total pigs. What? Something. We'll figure out something. I'm sorry. We don't want any of you. Hello, Claire. Sean? It's such air. Stephen? Claire? Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. I know. I don't know. Untertitelung des ZDF, 2020